ist soweit oder sich da eingezeichnet habe ich habe einen alternativ plan aufgezeigt ich ziehe erst mal auf das kleine ding an dem fluss geht das überhaupt ein penis kleine dinger damit kennt er sich aus ich hänge mich an den budo dran ich hänge mann und ich ja direkt an ich bin zu schwerer mann dann sascha ich hänge an dir sascha spürst du es ja du ziehst mich gar nicht runter nein alles gut okay ich sage eine lustschlange unser schönst trägt auch zwei ich habe so geile schuhe willst ein auto suchen ok naja ich bin erst zum kleinen komponter vorne wenn wir ein glück haben ist ein alter wurde jetzt sehe ich dass meine schuhe blinken ja das ist geil das war jetzt sie ist aber nicht das sind die schlimmsten kinder in der schule gewesen mit blinke schuhe habe das gefühl hätte was verkackt mit dem motor oder color das kannst du schon mal holen wenn du bock hast da dürfte ja keiner sein so wie die idee verlauf ist eine markierung die markierung ist auf jürgen schon die rechts sondern traktor an die fahren dann ok ja ich lass den nehmen zack so weit ja 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 ich bin doch nicht da motorräder sind glaube ich echt stabiler ist ja die stadt da jungen schon selber easy perfekt eingepackt du hast mich fast umgemäht junge hat nicht mehr viel gefehlt muss ich sagen kann man echt gut fahren das haben die viel stabiler gemacht seitdem kann man die echt fahren sonst vorher waren die echt einfach nur lebensmittel vorher war halt selbst ja selbstbewusst hier ist ein achtfach hey das ist mein haus da geht doch woanders hin wenn du redest du weiß nicht irgendwie hast du hier reingesprungen was willst du hier bei mir ja warte mal ich bin im anderen haus du hast dich vertan mein freund er ist ein gegner ja doch guck doch mal das wäre schon witzig ich bin in einem anderen haus neben dir passt schon in seine häuserei meinte ich habe hier eine nate in der hand also vorsicht häuser ich habe ein trage noch chill Junge chill Junge chill Junge chill oh ne mutant da kann ich nicht nein sagen ist sie gut ja die ist lecker ich weiß nicht essen wieso nicht hier ist noch eine vier zwölfachweste und da schmeckt die denn nach Aua die zwölfachweste sind mir die liebsten hier ist noch so ein compensator für sniper SR oh ping mal hier auch bei mir wo ich direkt neben dir bin ja ich bin schon weggegangen Junge ich bin direkt neben dir ja ich bin weggegangen oder nicht ich komm ins haus rein das erste was ich finde ist ein compensator AR AR ja auch für sniper geht beides ich sag mal so muss nicht rüber gehen schießt er richtig komisch will jemand ein Zügsfach haben ich hab geschossen hier ist ein Zügsfach weil ich testen wollte wie die schießt die schießt voll die ist ja vollkacke wer jetzt die Vector mutant mutant hä die mutant ist ja da muss was dran sein ne wenn du blank hast dann natürlich die kacke aber nein ich mein mit ja aber der hat nur diesen double schuss ja ein Zügsfach ich hab die M16A4 als Einzügsfach nein dann ist das natürlich nicht so geil deswegen hab ich jetzt die AK jetzt durchspoir ich hab einen aber für mich nicht für wen wofür leider nicht für dich für mich leider nicht weiter bitte hier du ich na bitte hat er nicht gesagt hat er nicht gesagt ein paar vierfach müssen wir gleich weiter weiter dauern noch ein sechsfach ein bisschen Stück ja ich hab schon markiert wo wir ran gefahren Motorrad so scheiße eingeparkt dauert wahrscheinlich einen Moment bis ich es rausgeholt habe oh ja oh ja dauert einen Moment erweitertes Magazin AR wäre Gucker äh hab ich irgendwo gehabt gesehen gesehen gehabt liegt eins aber ich ping nicht das war ich nicht das war ich ja das ist eins aber ich ping nicht das war mal Spaß äh doch ich hab aber jetzt eins über erweitertes Magazin für Eier ja war doch da für Eier jetzt hab ich selber eins gefunden danke ich brauch aber auch noch eins also wenn ihr noch eins überhaupt möglichst aufnehmen ja also ich äh halt die Augen offen ich nicht hier ist eins mach ich so alt bin ich gar nicht auch einen Schalldämpfer ein Schalli äh für für Sniper würde ich nehmen aber ansonsten nicht äh ja also für Drago noch ruhig da bringst du mit mh kein Platz außer du gibst mir den Kompensierter dann hab ich Platz äh ja kann ich machen tatsächlich ich hab den ja auf der Drago noch auf kommen wir nicht dann stimmt Alter perfekt nice wo ist das Ding hier äh nebenan oben hier nicht die oh man ach so für Eier oder was oh natürlich immer dieselbe Scheiße aber ich bin verwirrt mit Drago noch weil da gehen dann manche Sachen und dann so wie der Jan Alter ja aber das war ja das war ja richtig sinnlos des Todes Captain Obvious ich brauch einen Kompensierter ich brauch einen Kompensierter ich brauch einen Kompensierter ja ja hab ich ja hab ich ja hab ich kriegst du legst du mir erst mal ein Bündungsweiter verinnern aber vor allem echt so halben Stunde so ja 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 kein Problem kein Problem hier oder hast du hier komm her äh ich würde auch sagen wir machen uns los oder äh können wir machen ja ich hab jetzt Andis Motorrad aber ist egal ja ich merk schon weil deins hat weniger Sprit ne ich weiß ja nicht wo meins ist weil ich hab's irgendwo hingeballert ja ich hab's hier哦 ist damit wirklich gut jetzt glaubt den Jungs geht's nicht gut warum hab ich die scheiße da noch Jetzt geht's wieder, oder? Jetzt geht's, ja. Ich wollte hier nochmal looten, weil ich noch nicht gut ausgerüstet bin. Meine Aufsätze fehlen noch. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr Waffe. Ich möchte auch noch ein bisschen mehr Waffe. Ist AUG gut? Ich glaube schon mal vor, jetzt sammelt Michael. Ja, geht schon. Ah, die Aufsätze sind gleich. Nice. Ja, Weichbruch, Muni. Wollte ich damit auch sagen. Für Kamp 6 habe ich die Ratte hingelegt. Ja, alles gut. Jetzt, das reicht erstmal. Hm, die Fahne nehme ich. Keine Aufsätze echt, ey. Scheiß. Haben alle genug Heilzeug? Ja, ja. Ich sammelt dich ein, Bruder. Fackstab. Dass ich die Energie gedrückt habe. Ja, stimmt. War ein Mix aus Mama und... Ich hab noch ein Viertel Tank. Ja, das reicht doch. Sorry, ein Achtel. Dann, äh, solltet ihr zusammenfahren. Ich kann hier erstmal chillen, eigentlich. Die Zone hatte jetzt erstmal wieder Zeit. Ja, komm. Wir müssen abschauen. Hier ist auch eine Tankstelle, könnt ihr tanken. Jo. Stimmt, das geht dann. Oder ich darf einfach mal ein Motorrad. Oder so. Ich hab 16 Energy Drinks. Gar nicht übertrieben. Ich nehme das Fahrrad. Hast du auf mich geschossen? Ja? Du. Was? Ja, okay. Ja, ne, ich wollte schon, wenn du wüsst. Aber schön, wie direkt klar... Jetzt hat er durch die Zone gestorben. Echt jetzt? Wie geht das denn? Auf K gewesen. Kann sein, so einer, der ganz am Ende abgejumpt ist. Ja. Und da gefallen ist. Schön, dass er rum lag. Da ist noch ein Bike. Also, ja. Kannst du einen zwingen lassen. Oder... Da ist noch ein Bike. Hier ist... Ah, ne, diese Autos fahren nicht mehr. Scheiße ist natürlich... Ich fahr jetzt runter zum Machi und fahrtanken. Ich hab mal was Neues markiert. 360 würde ich gerne machen mit dem Motorrad. Sagst du, ich rolle nur noch bis zur Tankstelle. Wer ist der jetzt da mit der Rad? Hey, warum kann ich nicht tanken? Vielleicht geht das nur auf einer Map. Alter, das ist ja Müll. Geht das wirklich überhaupt? Ja, ja. Bei der einen haben wir ja gestern gesehen, dass das geht. Aber hier geht's jetzt... Vorsicht! Hoah! Oh, komm, ich gucke mir mit. Vorne ist auch ein Auto. Kann ich nicht tanken? Nee, bin drauf. Aber bei der anderen Map ging's, hab ich im Auto angefangen. Was ich gebrauchen kann? Ja, die Muni. Weißt du jetzt? Weißt das? Ja, du hast zu lange gebraucht, Mann. Du hast zu lange gebraucht. Bis auf, dass ich nicht gleich meine Waffe raushol. Hey, hey, hey. Man ist wie sexy. Ja, nee, lieber nicht. Also mit Driften. Warte, 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 warte. Das ist lustig. Oh, 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 oh. Sorry, Andy. Das ist der Beifahrer tot, aber der Fahrer nicht. Oh, fuck. Der ist dann abgestiegen. Wer hätte ich fahre, der hat mir direkt auf einen zugefahren. Den könnt ihr ummähen. Der kann nicht ziehen. Wir müssen uns erst mal healen, ne? Wie hat das keiner gesehen? Ja, ich hoffe, so auch. Hab ich hier. Hast du dich auch gehalten? Hast du einen Fall gebaut? Ja, ein bisschen. Du darfst auch fahren, dann wird es angekommen. Gebrochen, keine Gegner. Auf geht's. Ausgelockt oder gestorben? Ich bin ausgelockt. Ich bin über die Dings geflogen, über diese Leitplanke. Aber ich bin halt schon mit dem Kopf auf der Leitplanke. Jetzt werde ich geflossen. Ja, den ganzen Eck an dieser Stadt vorbeigefahren. Und weiter. Soviel zum Thema, die Motorräder sind stabil. Schalt's auf den Schalli, Mann. Ich bin ein bisschen näher dran, hier vorne. Der Schalli ist gut, weil... Ja, wir müssen doch Bude holen, ja. Ja. Aber ich seh da kein Watt. Ich geh mal hier an die Seite. Easy, Jungs. Ich glaub, die sind dahinter. Warte mal. Ich hab dich beschossen. Kommt rein. Echt jetzt? Ach, scheiße. Das ist nur ein Stück. Deswegen sehen wir die auch nicht. Auf der anderen Seite von dem Berg wahrscheinlich. Alter. Jetzt höre ich. Hier ist einer. Hier, Klaus. Aber der hat mich, glaub ich, nicht gesehen. Er hat mich vielleicht gesehen, aber... Aber wo, wo, wo? Der ist eher weggelaufen. Bei Grün, oder? Ein bisschen weg von uns. Ja, ja. Direkt Klaus. Nein, nein, nein. Das ist ein Hudo-Rennen. Scheiß auf den. Ja, ja. Ich guck nur, ob er... Das hier zu dem Positioniert oder so ein Scheiß. Aber ich weiß nicht. Ich glaub, der war alleine. Aber merkt ihr, er ist hinter uns. Oh, ist immer noch da, Alter. What the fuck? Zeig dir einfach instant. Da sind's Bots. Nee, nee. Killer-Bots. Halt durch, Bruder. Ich spring doch über die Mauer, da müsstest du doch safe sein, ne? Ja, aber ich war doch gerade auf der anderen Seite und wurde von da hinten beschossen. Ah, ja. Oh, Alter. Schießt auf mich einer? Hast du beschossen? Ja, ja. Oh, aber, Alter, ich hab noch nicht mal über die Hügel drüber geguckt. Entrohiert. Hä? Ich steh' keinen. Äh, da. Hinter dem Baum. Stein. Hängen geblieben. Aber der hat kassiert, der eine? Der hat Bruder auch beschossen. Down, der eine ist down. Ja, nice, nice. Oh, wer anders schießt auf mich? Oh, ich glaub, rechts muss das sein. Ja, da oben. Komm zu euch. Ich muss mich kurz hier. Was ist passiert? Ihr werdet von hinten beschossen, glaub ich? Ja, 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 ja. Könnt ihr wegfahren? Oh ja, da direkt an der Mauer. Ja, ja, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Ausgenockt? Der ist ausgenockt? Ja. Der war der Einzelne, glaub ich, ne? Äh, einzeln kann er nicht sein, oder? Äh, ne, ganz einzeln kann er nicht sein. Aber den wir gesehen haben, glaub ich, als ich den nicht gesehen hatte. Ja, ja. What the fuck? Was hält der aus? Pass auf an dir, ne? Der ist übel da oben. Der müsste kassiert haben. Äh, kann ich dich hier wieder holen? Oder auch nicht. Ne. Achso, du hast mein Chip mitgenommen, oder was? Ja. Ja. Versuch, mach hier wieder aufzuholen. Mach das. Oh! Das war ein richtiger Bot, Junge. Alter Schwede, war das ein Bot. Fahr doch lieber länger. Ist doch nicht zu weit. Die hinter uns könnten kommen. Ja, ja, ich glaub auch, das wird ein Problem werden. Ich weiß nicht, ob ihr hier nochmal gehitet habt. Weil das ein Bot des Todes, Junge. Guck's dir an. Oh, ne. Wobei, der hat ein Blutchip hinter einer. Können die Bots Blutchips haben? Doch, ich glaub schon. Da ist er jetzt zurecht. Was für das Bot-Team. Hast du weggemacht? Ach, das hast du überlauft. Ja, ja, das bin ich. Kurz angeschissen. Oh, West-Stufe 3. Nehm ich mit. Oh, nice. In die Zone, ne? Und. Mein Gott, wie kann das sein? Achso. Jetzt. Nice. Gut. Magst du das, dass du das Auto holst? Ich hab ein Auto hier. Äh, Zweisitzer, ne? Der ist da oben. Ist das Zweisitzer? Ne, gar nicht. Nein, nein, hier ist ein Jeep. Ja. Ja, dann lass. Dann her damit. Hast du, mach ich schon wohl. Ja, der kommt dann wieder. Ja, habt ihr irgendwo hin und nehmt irgendwas ein, wo ich landen kann? Oder soll ich hab gut Glück irgendwo nennen? Okay, mal was, was wir einnehmen können. Hier sind noch ein paar Häuser noch in der Zone. Weiß ich hier dann. Das ist am Rand, aber da wurdet ihr auch wieder in der Richtung geschossen. Na, schwierig. Und versuchen mitten rein einfach. Warte. Ja, komm ran. Oh, lol. Ja. Warte. Warte. Was denn? Oh, Junge. Junge. Ah. Der ist voll durchgejumpt. Blutgeier, ey. Blutgeier, ja. Wollen wir versuchen, ein blauer 1 zu nehmen? Ja, Mann. Oh, Junge. Sag doch, wenn du schießt. Denk, wir werden beschossen. Ah, mit Nerven. Ja, ist doch gut. Adrenalinspiegel. Ja, ja. Der ist auf jeden Fall oben. Ich weiß nicht, wie die Augee schießen. Augee, 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 hast du einen Schalli da drauf, oder? Ja. Also hier oder was? Ne, ein Weiß. Wir können doch drehen hier. Ne, irgendwas, irgendwas sagt mir nur was. Hier ist ein Waffen. Hier ist eine Pfanne, hier sind Westen, Helm, Stufe 2. Mündung ist 2 in deinem Fall, ja. Ich lasse alles liegen. Oh, hier, nebendran. Oh, Alter, der wird direkt am Kopf. Ist direkt im Gebäude nebenan, ist der. Hat ein bisschen kassiert. Oh, direkt hier vorne, Mann. Alter, wie scheiße schießt die Augee? 4 Sekunden, neben noch 4 Sekunden, neben noch 4 Sekunden. Oh, ist halt Koppel, seltener. Alle 3 im Haus. Perfekt. Alter, Mann, was ist denn mit den Nades? Mann, warum schießt der die so? Mach ihn, mach das schon. Der spawnt ja mit voller Ausrüstung. Mann, warum wirft der die Nades so scheiße? Was ist die voller Ausrüstung? War das deine Nade? Nee, ne? Nee, ich hab Dings geworfen. Brandgranate, aber der wirft ihn mit 2 Meter Reichweite. Mit richtig starken Armen. Mit richtig starken Armen. Alter. Hast du auch rechte Maus, hast du vielleicht gedrückt. Dann wirft dir die ja so kurz. Nein, links, ganz normal. Naja, aber da gibt's so einen Modus, den du dann eingestellt hast mit der rechten. Ich weiß nicht, dass hier eine Waffe drin ist. Da ist ja der Dings. Das ist schon mal wichtig. Ja, Sonne-Sichel, perfekt. Hier ist ne Pistole. Ja, perfekt. Ja, Mann. Dann ist doch alles safe. Die Augen gespricht wieder. Die ist so Müll. Du kannst da rein, vielleicht, durchs Fenster hinter dir. Noch und da vielleicht looten ein bisschen. Ja, ja, ja. Und tot. Ah, ne Westen. Benzin, Junge, nimm Benzin alles mit. Guck mal in die Zone. Ja, nimm das Fenster, wo noch die Scheibe dran war. Ist eh keiner mehr. Wenn hier einer wär, wär ich schon tot. Easy, easy. Dann geh doch zu uns und loote uns. Dann gib dich von Busch zu Busch. Da waren es Steps oder Close? Ja, ich kann sagen, links waren noch Steps. Deswegen glaub ich ja rechts. Close, links neben dir. Alter. Nein, nein. Mit dem Shotgun. Nein, 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 nein. Ignoriert's einfach. Die werfen sich grad seinen Aids auf den. Das ist ja geil. Was ist ein Aids? Das ist viel zu weit weg. Das war direkt neben dir. Nein, nein. Nein, nein. Das kann nicht sein. I'm good, I'm good. Vorne ist einer. Vorne ist einer, der vorne ist einer. Scheiße. Mach doch das vor einer. Ich sieht keiner. Du bist eins mit der Welt. Ich bin doch nicht in der Zone. Nicht bewegen. Nee, nicht mehr bewegen. Du bist nicht in der Zone. Ist egal, ist egal. Der rechts läuft gleich rein und dann kannst du den wegholen. Dann hast du guten Loot. Ja, mit der Waffe kann ich den auf jeden Fall wegholen. Du musst halt 15 mal den Kopf treffen, aber... Mit dem ganzen Magazin, ja, den Kopf treffen. Wir sind eigentlich noch 24 am Leben. Holy Shit. Aber echt, die Zone ist so klein. Alter, wie ist abgedauten. Eigentlich sehr. Guck, das Team hat dich geschossen. Das Team hat uns auch geholt. Der hat da jetzt gepusht. Da links kommt, ne? Ich würde sagen, ich habe hier den besten Platz, um zu gucken. Ja, du bist rechts, Achtung rechts. Ach, nein, nein. Du müsstest auf jeden Fall... Oh, doch, da hat dich zwei. Nee, nee, der guckt zu dir, oder? Nein, nein, der guckt aus. Alter, geil, geil. Bleib mal... Oh, stark. Mach jetzt den richtigen Kino. Ganz langsam bewegen. Bleib mal verliegen. Mach den Stein. Mach den Stein gleich. Der sieht dich nicht. Nee, nee. Muss weiter rein. Ja, ja, ja. Mach den Stein. Bleib mal verliegen. Ich habe das Parole. Nein, das Auto, das brennt auch. Nicht zu viel bewegen. Ja, lass den looten. Nein, nicht bewegen, nicht bewegen. Mann, nicht bewegen, Junge. Das sieht man. Wenn du dich einfach nicht bewegst, dann nimmt man dich nicht wahr. Aber er guckt mich nicht an und mich guckt sonst eh keiner an. Aber er kommt jetzt hier eh lang. Ich wollte nicht für einen Busch brauchen, weil er gerade noch am looten ist. Also, ich würde da hinten laufen. Die Zone ist da. Ich habe noch Zeit. 50 Sekunden. Er wird jetzt weggerufen. Er wird beschossen, aber von wem? Von da unten über links. Von da unten, ja, eben das ganze Team. Oh, jawoll, der sitzt jetzt. Da, in dem Haus ist auch noch einer links. Jetzt guckt sich jetzt einer an dem Baum, der. Geil. Hol ihn. Du weißt, wo der ist. Schieß auf ihn. Nein, Spaß. Geh jetzt nach links, Junge. Ja. Ach, doch, rechts. Der läuft jetzt rechts. Oh, jetzt sieht er nicht schlimm. Jetzt sehen mich alle. Nein, nein. Aufgeschmeidig. Duck dich, duck dich. Ja, ja, aufgeduck, aufgeduck. Das ist richtig zu langsam. Ich habe nichts zu weinen. Nein, bist du nicht. So segn dich. Leg dich hin. Ich bin nicht in der Zone. Sprüge mir das. Ah, ins Gebüsch, ins Gebüsch. Weiter links. Aber echt, du nutzt auch null Tarnung, ne? Witter stark. Jetzt droppt er die Mauer entlang. Ja, Mann. Mach die Schlange. Einfach robben. Robben. Ey, es sind nur noch 13. Das ist echt geil. Da kommt ein Drop jetzt, Junge. Ja, ruhig. Das lenkt ab. Geh ihn looten. Wer ist denn links von dir noch? Außerhalb der Zone? Ja, geh in den Busch. Der Busch ist gut. Ah, der ist nicht drin, oder? Nee. Ah, nee, nicht ganz. Aber der ist gut vorübergehend. Oh, rechts von dir ist. Ich steh mal, Junge. Oh, da vorne ist er. Nice, nice. Jetzt geht die Mauer entlang. Ja, Mann, hol die Sichel raus. Aber rechts und links ist auch einer. Du brauchst den Busch da vorne. Aber chill. Chill, 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 chill. Oh, scheiße. Das ganze Team war nicht schön. Ah, du hast gar keinen Healzeit mehr. Nee. Aber du schaffst das. Musst dich aufstehen. Alles gut. Easy. In den Busch. Es sind nur noch 11, also 10 andere. Heal dich hoch. Spaß. Aber die Zone ist gut. Aber echt, die ist wirklich an der Mauer. Weiter. Da kommt eine Lücke gleich, ey. Echt jetzt? Nicht so geil. Ja, da vorne. Ich würde warten, bis Action wieder ein bisschen ist. Das linkt ab. Ey, mega spannend. Richtig gut, Marian. Creepy Crawler mit der Pistole. Ein Laser-Aufsatz für die Pistole. Nice. Ja, beste. Sehen die anderen das eigentlich ja, ne? Ich glaub, ich nehm ihn wieder, oder? Ich glaub nicht, aber ja. Find's geil, wenn du einfach nur die Sichel hättest. Das wär auch geil. Und dann einen Noppen von dem. So angedashed, komm. Von hinten aufgeschlitzt, ey. Hielt sich grad hoch und dann so, bach. Ja, nice, nice. Das ist noch zu wenig. Oh, jetzt ist Feuer gefecht. Du müsst in die Zone, geht in 10 Sekunden los. Ja, du musst. Oh, ja. Nicht mehr ausdrehen, wenn du dich kriegst. Oh, direkt vor dir, ey. Scheiße mit der Lücke, ne? So gut. Aber ist gut, ist ja Action. Die sind abgelenkt. Vielleicht. Oh, ja, schön, schön, schön. Ich glaub, da vorne an der Ecke bist du drin, oder? Du bist jetzt schon drin. Du bist jetzt schon drin. Aber soll ich hier noch in den Busch, oder nicht? Hm, ich will dich. Das ist schon geil. Probier's, probier's. Ach, hier steht auf Büsche. Sie pushen. Oh, nein, 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 nein. Schieß, 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 schieß. Schieß, schieß, schieß nicht. Geh vor, geh vor. Kannst du wegholen, wenn die angebummt sind. Junge, vor, man muss das sehen. Ja, aber dann zieht man mich ja logischerweise an. Nein, nein, nein. Noch voll am Pfeil. Die sind voll Fokus, Junge. Da, sechs. Wo sind die noch, die sechs Leute? Ich weiß nicht, die Zone ist. Die drei und die anderen drei, glaub ich. Und jetzt liegen wir noch. Oh, noch vier. Kann sein, dass er jetzt hat... Ah, nee, noch zwei. Doch, 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 doch. Du musst jetzt holen. Du musst jetzt holen. Jetzt sind die angebummst. Die heilen sich dann. Junge. Einer war Nock, oder? Ja, kann sein. Ja, ich glaub schon. Die haben doch noch grad geschossen, als die zwei waren. Alles klar, mach ich wartet. Dann soll die noch mal schießen. Einer ist Nock und einer hebt ihn hoch? Ja. Da war keiner Nock, oder? Doch. Wir haben nur grad noch geschossen. So war einer Nock, auf jeden Fall. Der feiert auf jeden Fall vorbei. Also jetzt ist auch egal, weil jetzt... Der hat den Wind verpasst, Alter. Jetzt wahrscheinlich einen hätte er... Hä? Weil er ist jetzt... Der hat einen Nock geworfen. Oder der hat einen genockt und... Ah, nee, die werfen einfach so Nates, weil die denken, der ist da drin. Denken, der kämpft da irgendwo. Der kämpft da woanders. Der kämpft da auch, aber nicht da. Oh? Oder schießen... Nee, einer nur noch. Was war das für ein Geräusch? Der war da links, von der Mauer, oder? Der links, der links. Ich kann nicht mal nachladen. Ah, schade. Alter, das ist noch zweiter Runde. Wie hätte ich das gedacht? Krass, mach hier nicht schlecht. Der mit dem Gini. Ich sag immer wieder, das ist ein Überlebensspiel und kein Shooter. Den hat man am Ende gesehen, ja. Am Ende muss man leider auch shooten, aber... Boah, die... Ich glaub, ich hab nicht gekochen, oder? Aber stark, stark. War doch eine lustige Folge. Ja, PUBG. Rocket League. Ach so. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. H0 Schaden, ja. Hang on.